Moin Seacross-Freunde, willkommen zurück hier auf dem Seacross-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships und ihr seht schon an der Seite, wir haben wieder eine Menge Sachen für euch zusammengesucht, eine Menge Themen und wir fangen dann auch direkt an und zwar die USS Georgia in 3D. Ihr seht sie hier in 3D, das ist das Modell, was wir hier ausgegraben haben und das ist ja nun ein neues, ja wahrscheinlich Premium-Schiff kann man ja von ausgehen, der Tierstufe 9 der amerikanischen Navy und als herausragendes Merkmal, wir haben vorne zwei Türme und hinten ein Turm mit jeweils zwei Rohren, 457 mm. Wir hatten euch die Daten schon mal ansatzweise so ein bisschen näher gebracht, zumindest das, was jetzt da war, ich möchte ganz kurz nochmal in Erinnerung rufen, jetzt wo man hier auch das Modell hat. Also Feuerreichweite aktuell steht bei 21 km, der Hellspool, also die Trefferpunkteanzahl steht wohl bei 74.100 und wie gesagt, wir haben drei Türme A2-Rohre, 457 mm. Standardmäßig für die Sekundärbewaffnung, alles Work-in-Progress, wie gesagt, 6 km betragen und die Höchstgeschwindigkeit ist mit 33 Knoten hier angegeben. Nach 900 Meter Wendekreis, 16,5 Sekunden Ruderstellzeit ist hier so der Standard, was jetzt sozusagen im Supertest sein wird. Dann haben wir 17 km Oberflächenerkennbarkeit und zur Luft haben wir 11,3. Okay, was kann man noch sagen zu den Geschützen, 45 Sekunden Turmdrehzeit, Nachladezeit ist aktuell bei 30 Sekunden mit einem Sigma von 2,0. Hört sich schon mal nicht so schlecht an, Sigma 2,0. Allerdings ist die maximale Streuung hier auf 21 Kilometer nur 270 Meter angegeben, was ich für einen relativ hohen Wert finde auf 21 Kilometer gesehen. Und dann kommen wir noch zu den Alpha-Damage-Punkten. Wir haben hier einmal ein Alpha-Damage von 6.450 für HE mit einer Brandwahrscheinlichkeit von 43%. Und bei AP, bei den großen Granaten, haben wir ein Alpha-Damage von 15.750 in Trefferpunkten. Und wir haben hier natürlich keine Brandwahrscheinlichkeit oder es gibt ja sogar Fälle, wo AP-Granatenbrände verursachen. Aber das ist ja äußerst, äußerst, äußerst unwahrscheinlich. Die Projektilgeschwindigkeit beträgt hier 732 Meter und bei HE sind es 800. So, viel mehr kann man aktuell oder möchte ich auch aktuell kaum dazu sagen, weil sich einfach sehr, sehr viel noch ändern kann. 5,8 Kilometer ist der äußere Ring, der Sekundär, ach nicht der Sekundär, der Luftverteidigung. Bis 3,5, 3,5 bis 1,5 der mittlere Rand oder der mittlere Sektor. Und der innere Sektor ist dann natürlich vom Schiffswand sozusagen bis 1,5 Kilometer. Gut, an Verbrauchsmaterialien kann man vielleicht nochmal erwähnen. Es gibt eine ganz normale Chance-Begrenzungsteam mit einer Arbeitszeit von 20 Sekunden und einem Cooldown von 120 respektive 80 Sekunden beim Premiumverbrauchsmaterial. Wir haben eine Reparaturmannschaft dabei, die 28 Sekunden aktiv ist. Und wenn ich das richtig sehe, einen leicht verbesserten Wert hat von der Herstellung der Trefferpunkte her. Ist hier angegeben mit 0,66%. Heißt also, es ist schon ein bisschen was mehr. Normalerweise hat man 0,5%. Dann gibt es im dritten Slot dieses Verbrauchsmaterial Spotting Aircraft, also Aufklärungsflugzeug oder eben das Verbrauchsmaterial Jäger. Die beiden kann man tauschen. Zumindest Work in Progress, so ist es jetzt verfügbar oder einsehbar. Was mir noch so auffällt, ich glaube die Schornsteine sehen ein bisschen anders aus als bei den anderen Schiffen, die es schon gibt. Und ja, dann lassen wir uns einfach überraschen, was da noch so reinkommt. Auf jeden Fall bin ich mal sehr, sehr gespannt, was man dann später darüber berichten wird und wie das Schiffchen dann so ist. So, das war es für USS Georgia. Mehr kann ich aktuell euch dazu nicht erzählen. Dann geht es zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist der öffentliche Test. Die Runde 2 ist nur ganz kurz. Wie gesagt, die zweite Runde fängt jetzt an vom 14. März, also am Donnerstag, bis 18. März, also Montag. Und das geht dann bis 16.30 Uhr und fängt um 17.30 Uhr am Donnerstag eben an. Ihr könnt das gleiche testen wie vorher. Jetzt sind da nochmal ein paar Anpassungen gemacht worden. Und da ist natürlich auch wieder Raumangriff möglich und so weiter. Ich hatte euch schon mal berichtet. Ich komme mit einem kleinen Livestream vom Testserver und habe euch da ins Bild gesetzt. Ihr habt da jetzt in den, da spielt man jetzt diese Werbpassstufen durch. Weil das Spiel für Anfänger, ja, erneuert wird, kann man sagen. Es wird ein bisschen intuitiver. Es wird ein bisschen nachvollziehbar, wie man sich durch die Werbpassstufen da arbeitet. Es ist ein bisschen besser animiert. Sieht ein bisschen logischer aus. Was man wann wie bekommt und so eine Sachen. Also wer das einfach mal sehen will, sollte sich auf jeden Fall bei dem Testserver mal anmelden. Am besten mit der gleichen E-Mail-Adresse. Weil sonst bekommt ihr keine Belohnung. Denn Belohnung gibt es natürlich auch dafür, dass ihr eure Zeit opfert. Nämlich zum Beispiel Signalflagentarnungen, besondere Signale und sogar Prämo-Spielzeit. Wer sich dafür interessiert, wie gesagt, der Artikel wird auch wieder unten in der Beschreibung verlinkt werden. Nächster Punkt ist dann Ergebnisse, CW und Ranked. Fangen wir dann einmal oben anstatt unten an. Ranked Battles, die 11. Saison. Es wurden über 10 Millionen Kämpfe absolviert. Das war diese Geschichte mit dem Wettrüsten-Modus. Nur T9-Schiffe wurden zugelassen. Über 186.000 Spieler haben mitgemacht. Und hier sieht man jetzt so ein bisschen die Verteilung. Man kann wohl schlecht wegreden. Das Rang 10 und vielleicht noch Rang 9. Also die beiden Ränge, die am häufigsten erspielten Ränge waren. Und danach eigentlich kaum oder weniger weitergespielt wurde wahrscheinlich. Ich habe daran selber ein bisschen teilgenommen, aber leider konnte ich nicht so intensiv teilnehmen, wie ich das gerne gemacht hätte. Diese Kämpfe, die ich hatte, haben mir persönlich ziemlich viel Spaß gemacht. Ich fand diesen Modi eigentlich ziemlich lustig. Und die Belohnungen dafür waren cool, muss man ehrlich sagen. Ich fand sie schon sehr cool, dass man da doch einiges an Stahl und auch an Kohle zusammenfarmen konnte. Und das hilft einem natürlich sicherlich weiter auf dem Weg in Richtung besonderes Schiff, Ralingrad etc. Dann gibt es hier nochmal so eine Übersicht. Die meisten Schiffe, die benutzt wurden, Kitakase, Kronstadt und Mosashi. Ja, die habe ich wirklich häufig gesehen. Und der Rekord von Umrang 1 zu erreichen, liegt bei zwei Tagen oder wurde in zwei Tagen erreicht. Also herzlichen Glückwunsch für diese sozusagen indirekte Erwähnung, wer das auch immer in zwei Tagen geschafft hat. So, dann kommen wir zur Clan-Saison und zwar sind hier die ersten zehn Clans erwähnt. Also Odemortus International, da gibt es Odemortus auf vier nochmal. Total War Alliance auf Rang 2, Rejective Edelistic, ja, wie auch immer man das ausspricht. Ja, die haben hier die ersten Ränge belegt. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an euren Erfolg. War sicherlich auch für euch nicht ganz einfach und da oben wird ja doch sehr, sehr hart gekämpft. Was nicht heißen soll, dass in den unteren Ligen nicht hart gekämpft wird. Wir haben an dieser Clan-Vos-Saison auch teilgenommen. Waren für unsere Verhältnisse, also fun, ziemlich erfolgreich. Standen in der Sturmliga ganz weit oben und waren quasi zweimal im Ausstiegskampf, wenn ich mich recht entsinne, um die Orkanliga. Was für ohne Training sozusagen gar nicht mal so schlecht ist, bildet mir zumindest ein. Uns hat es saumäßig viel Spaß gemacht. Wir hatten auf jeden Fall, ja, tolle Bedingungen. Unter bessere Bedingungen als in der Zeit zuvor. Mitgemacht haben insgesamt über 89.000 Spieler. Es waren 6.732 Clans aktiv und es haben über 833.000 Clan-Battles stattgefunden. Die wichtigsten Schiffe sind die Montana, die Desmo und die Shimakaze, die benutzt wurden. Und die meisten Schiffe, die ausgeliehen waren, also wo Spieler, die dieses Schiff eigentlich gar nicht besessen haben, diese Leihschiffe nutzen konnten, ist hier großer Kurfürst, Sao und Gearing. Ihr seht ja die Zahlen. Also echt eine krasse Nummer. Und Omni hat es hier halt geschafft. Ich glaube, das ist dann das zweite Mal, dass sie sich jetzt verewigen in diesen Eintragungen. Denn wenn jetzt die Karte Norden geladen wird, müsste dann demnächst unten rechts Omni wieder stehen. Und wenn ich mich recht entsinne, war die Saison Gefahrenherd auch schon von Omni gewonnen worden. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war so. So, das war es zu den Ergebnissen der Clan Wars und zum Ranked. Und die nächste Runde ist Geplänkel++, habe ich es mal genannt. Denn, ihr kennt Geplänkel, ist jetzt kurzer Zeit im Spiel verfügbar. Ihr könnt für euren Clan zusätzliches Öl erarbeiten. Und das findet halt mit so einer Vorbereitungsphase und mit einer Waffengangsphase statt. Also in der Vorbereitungsphase muss man eine gewisse Anzahl von EP, das misst sich an euren aktiven Spielern, wie viel EP ihr davon erfahren müsst, ja, erfahren. Und wenn man das bis Freitag geschafft hat, dann nimmt man halt am Waffengang teil. Und am Ende der ganzen Geschichte müsst ihr halt Sterne oder müsst ihr immer eine gewisse Vorgabe an Base XP erfüllen. Dafür bekommt ihr Sterne. Und umso mehr Sterne, die ihr sammelt, desto mehr Öl respektive, ja, desto mehr Öl bekommt ihr. Weil ihr damit nämlich am Ende euren Gegner schlagen werdet, wenn ihr halt die meisten Sterne gesammelt habt. Unsere letzte Begegnung war gegen den Clan Bob. Und wir haben da unsere, ja, doch beste Leistung abgerufen. Und ich glaube, Bob auch. Wir haben 60 Sterne geschafft. Und Bob hat 63 Sterne geschafft. Das bringt uns halt eine Menge extra Öl. Immer wenn man 10 Sterne schafft, bekommt man eben Öl on top. In dem kommenden Wochenende wird das ebenfalls natürlich diese ganze Geschichte vorhanden sein. Aber zusätzlich dazu gibt es noch Belohnungen. Und zwar kann man dreimal die Tarnung, irgendwie diese grün-gelb-Tarnung da bekommen. Und ja, die Obergrenze ist drei Sterne. Heißt also, ihr bekommt als Dankeschön, dass ihr drei Sterne erfahren habt. Oder einer eurer Kollegen eben drei Tarnungen. Und dann geht es noch weiter. Das ist nicht alles. Wenn ihr als Clan 10 Sterne oder mehr erspielt, erhält jedes Clan-Mitglied einen Nachschubcontainer hier. Also Luftversorgungscontainer. Wo dann auch wieder eben die Florins drin sein können. Oder sogar ein besonderer Auftrag und so weiter und so fort. Ist auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Die gibt es eben on top zum Öl und zu dem Spaß, den man da haben kann bei. Und ja, bin mal gespannt, wie es dann am kommenden Wochenende ausgeht. Wenn ihr das noch nicht kennt, wir haben dazu schon mal eine Flaschenpost veranstaltet. Haben euch schon mal gesagt, wie das alles funktioniert. Die werde ich natürlich für euch verlinken. Und ja, da könnt ihr euch dann nochmal komplett informieren. Ihr könnt euch hier auch durchklicken und das selber lesen. Oder ihr hört mir dann einfach in einem anderen Video nochmal komplett zu. Gut, das war es zum Geplänkel. Und die nächste Sache ist neue Moderatoren. Und zwar wurde schon am Freitag im WoW Gaming Forum bekannt gegeben, dass wir neue Moderatoren im Forum bekommen. Also, das wird sicher neue Moderatoren, wie auch immer. Und zwar Flo Riebel, Allied Winter, Propaganda Panda und Parnivore81 und Artie McFly. sind neue Moderatoren im Forum bei uns. Es werden wohl noch weitere dazukommen. Und ja, ich sage einfach mal herzlichen Glückwunsch. Und ja, wünsche euch immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel und Geduld bei euren Entscheidungen. Ist auf jeden Fall cool, dass wir jetzt in der Beziehung wieder ein bisschen Verstärkung haben und da entsprechende Unterstützung in der Community, aus der Community bekommen. Gut, nächster Punkt ist dann schon Graf Zeppelin, Kaga, Saipan und Enterprise. Wir haben heute für euch wieder einen Newsartikel vom DevBlog übersetzt. Und da ging es halt um die Graf Zeppelin-Änderung und auch nochmal Änderung bei sowjetischen Schlachtschiffen. Und fast mittendrin, geht fast unter, steht nämlich auch nochmal, was man wissen sollte. Gerade wenn man Interesse hat, eventuell mit dem aktuellen neuen Gameplay sogar die Premium-Schiffe sich zu organisieren bzw. zu spielen. Also, prinzipiell wurde heute um 14 Uhr UTC der Schaden, der Torpedoschaden bei der Graf Zeppelin nochmal angepasst. Der ist ja schon mal gesenkt und gesenkt worden. Nämlich von 6.500 auf 5.500. Das hat offensichtlich nicht gereicht und der Schaden war immer noch sehr, sehr hoch und darum wurde er jetzt nochmal um fast 1.000 Punkte gesenkt. Nämlich, jetzt macht jeder Torpedo 4.533 Punkte Alpha-Damage beim Einschlag und dann kommt es halt darauf an, wie viele Trefferpunkte die Sektion hat und wie toll die Torpedoschadensverringerung ist und so weiter und so fort. Wichtig dabei ist, es ist nicht geplant, weitere Ändungen an den Parametern von der Graf Zeppelin, Saipan, Cargo oder Enterprise vorzunehmen. Wir halten ihr Balancing für beendet. Das heißt, die Daten für diese Premium-Schiffe sind jetzt dann wohl final und so sollen diese Schiffe dann ins Spiel implementiert werden. Und tada, wir hatten ja schon mal davon berichtet. Es wurde schon mal so gesagt, dass ab dem Update 0.8.2 möglicherweise die Premium-Träger wieder verfügbar sein könnten im Store. Und deswegen, ja, bin ich gespannt. Also, das könnte ja dann jetzt in der Richtung zeigt, der Startschuss sein, dass man Träger wieder im Store mittelfristig irgendwann bekommen kann. Also dann vielleicht im April, Mai, Juni, wie auch immer, ist es dann sicherlich möglich, dass dann diese Träger wieder verkauft werden. Das ist nochmal so als kleiner Hinweis, wird ja immer wieder die Fragen auch bei uns im Stream gibt, wann denn die Träger wieder in den Verkauf gehen. Denn hier haben wir jetzt einen Richtungszeig. So könnte man das am besten ausdrücken. So, und dann geht es nochmal um sowjetische Schlachtschiffe. Ihr wisst ja, dass die jetzt gerade im Supertest sind, beziehungsweise im Test für die Supertester und Kontributoren und Co. Und ja, es wird ein bisschen was geändert werden, denn es ist anscheinend so sichtbar geworden, dass die Schiffe zu stark sind. Den wundert es ein bisschen, könnte man fast meinen. Die Genauigkeitseinstellungen werden für Ledin und alle erforschbaren sowjetischen Schlachtschiffe der Stufe 3 bis 10 geändert. Das heißt, die Kanonen schießen nicht mehr so genau. Wie sie sie ändern, sehen wir gleich. Und dann wird auch die Dauer des Schadensbegrenzungsteams auf 10 Sekunden begrenzt und nicht mehr, so wie es jetzt war, rund, round about 20 Sekunden oder sogar ein bisschen mehr, hatte bis jetzt jedes Schiff. Dafür sind die Schadensbegrenzungsteams bei den sowjetischen Schlachtschiffen ja begrenzt. Aber das war wohl zu stark und jetzt sind sie dann nur noch auf 10 Sekunden runter reduziert. Das heißt, 10 Sekunden könnt ihr nicht wieder angezündet werden, könnt ihr nicht wieder neue Flutungen bekommen und so weiter. Und dann fängt der Cooldown an zu ticken und der ist ja relativ kurz. Ihr könnt das 5 Mal oder bis zu 5 Mal, ist das glaube ich möglich, dass ihr die Schadensbegrenzungsteams dann benutzen könnt. Und danach ist es dann vorbei mit den Schadensbegrenzungsteams. Und dann habt ihr das hoffentlich euch gut eingeteilt. Wenn nicht, habt ihr ein bisschen Pech gehabt. Das erfordert also ein bisschen mehr Umsicht. Die Genauigkeitseinstellungen, wie gesagt, werden auch geändert. Bis jetzt war die Veränderung der Streuung ein bisschen anders und also mit der zunehmenden Distanz. Und das wird jetzt eben so sein, dass die Genauigkeit auf der Strecke bis 12 Kilometer den höchsten Wert haben wird und dann aber nachvollziehbar sich ausdehnt. Also solche Einstellungen haben einen großen Genauigkeitsbonus bei Entfernung von Mittel- und Nahkampf. Daher wurden die Werte der vertikalen und horizontalen Streuung so eingestellt, dass sich die Genauigkeit in Abhängigkeit vom Abstand sanfter verändert. Dies führt zu einer leichten Verringerung der Genauigkeit auf der Strecke bis 12 Kilometer. Also ihr werdet nicht mehr so eine große Streuungsvergrößerung haben ab 12 Kilometer bis zur Maximalkampfreichweite, sondern ihr werdet jetzt eine konstantere Streuung bekommen, also auch schon im Nahkampfbereich. Ich bin mal gespannt. Der Sigma-Wert bei den russischen Schlachtschiffen beträgt 1,7 und zwar von der Tierstufe 3 bis hoch zur Tierstufe 10. Heißt also eigentlich, dass es sich so ein bisschen anfühlen müsste, ein bisschen besser anfühlen müsste wie die Alsace, weil die Alsace ist ja, glaube ich, noch eine Stufe niedriger mit 1,6, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob das dann so, ja, für gut befunden wird. Der nächste Punkt ist dann hier auch, betrifft auch nochmal die sowjetischen Schlachtschiffe. Die waren halt sehr, sind halt sehr, sehr gut gepanzert, auch während ihrer großen Trefferpunkte-Pools war es eben schwierig, dass Kreuzer effektiv Schäden auf diesen Schiffen machen konnten. Und das lag unter anderem auch daran, dass das Schadensbegrenzungsteam sehr lange getickt hat, also aktiv war, sodass das Schiff nicht wieder angezündet werden konnte und so Sachen. Und das wird halt jetzt, wie gesagt, genervt. Es geht auf 10 Sekunden runter und damit sind Brände für die Schiffe das größte Problem. Okay, das kann man dazu jetzt noch sagen. Ich glaube, jetzt habe ich hier schon den Punkt ein bisschen vorweggenommen, also kommt es jetzt hier der Vollständigkeit halber noch. Wie gesagt, mehr kann man aktuell zu diesen Sachen nicht sagen. Was wir mitnehmen können ist, die Träger kommen demnächst wahrscheinlich dann auch wieder mal in den Verkauf, wenn sie jetzt final sind. Und hier gab es halt die ersten Änderungen. So, das möchte ich jetzt schon damit die Flaschenpost beenden. Ich denke, es waren wieder viele Informationen für euch dabei, die ihr vielleicht so in der Art noch nicht hattet. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben, über ein Abonnement für den Fall, dass ihr uns noch nicht abonniert habt und natürlich über Weiterempfehlungen. Wenn ihr Kritik habt, also wenn ihr etwas habt, was euch nicht so gut gefallen hat oder euch vielleicht sogar fehlt in unserer Flaschenpost, dann würde ich mich sehr freuen darüber, wenn ihr das auch in der Kommentarversion da lasst und nicht nur einfach einen Daumen nach unten macht oder so eine Sache, weil wir das nur dann verbessern können, wenn ihr uns auch dabei sozusagen, wenn ihr uns Feedback gebt, auch Sachen, die euch nicht gefallen. Also, ich bedanke mich für eure Zeit und wünsche euch eine schöne Zeit, einen schönen Abend, wie auch immer, wann ihr uns gerade schaut. Und wir sehen uns im nächsten Video hier auf dem Siegerhauskanal. Haut rein, euer Siegerhaus-Team, euer Marara. Ciao, ciao.